Über einen Meister, der sein Handwerk nicht ausübt, Anweisungen, die unseren Erfahrungen widersprechen und über ein vortreffliches Beispiel für wahres Gottvertrauen. Sonntagsimpulse – Gedanken zum Evangelium für jeden Sonn- und Feiertag des Jahres mit Priestern der Petrusbruderschaft. Heute mit Pater Gregor Pan. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Liebe Zuhörer, das, was uns diese wenigen Worte sagen, lohnt sich einmal genauer zu betrachten, denn es lässt sich daraus neue Kraft für die eigene Gottesbeziehung schöpfen. Der heilige Petrus gibt uns hier nämlich ein vortreffliches Beispiel für wahres Gottvertrauen. Ganz kurz in einem Satz wird es uns hier im Evangelium beschrieben und dabei ist es doch für uns im Alltag alles andere als schnell und einfach zu üben. Stellen wir uns die Situation des heiligen Petrus einmal genauer vor. Da steht Petrus als erfahrener Fischer in seinem Boot auf dem See Genezareth ihm gegenüber dieser Fremde, von dem man schon so viel gehört hat, der aber offensichtlich kein Fischer von Beruf ist. Das scheint seine Kleidung aber auch das Fehlen von typischen Werkzeugen für diesen Beruf zu verraten. Und nun gibt dieser Fremde Anweisung, jetzt am helllichten Tag noch einmal rauszufahren und die Netze zum Fang auszuwerfen. Aber widerspricht das nicht den Erfahrungen eines Fischers, der normalerweise des Nachts oder sehr frühmorgens zum Fischen herausfährt, wenn die Fische die Netze eben nicht gut sehen können? So oder ähnlich mag der heilige Petrus gedacht haben und daher spricht scheinbar nichts dafür, diesem Rat zu folgen. Menschlich gesehen scheint es keinen Erfolg zu bringen, jetzt rauszufahren und die Netze auszuwerfen. Vor allem, nachdem man schon die ganze Nacht über versucht hat, Fische zu fangen. Und nun geschieht das Unglaubliche. Petrus, der erfahrene Fischer, vertraut diesem Fremden und befolgt dessen Rat. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und so fährt der Fischer erneut auf den See und wirft seine Netze aus. Sein Vertrauen aber wird durch ein unglaubliches Wunder belohnt. Liebe Zuhörer, am Beispiel des heiligen Petrus bedeutet Gottvertrauen, dass man sich auch entgegen aller eigenen Vorstellungen in einer konkreten Situation ganz auf Gott zu verlassen hat. Das heißt, seine Hilfe und Leitung gerade nicht infrage stellt, sondern fest daran glaubt, dass Gott es so zu meinem eigenen Besten fügen wird. Dietrich von Hildebrandt drückt das so aus. Das Wesen des Vertrauens ist, dass wir nicht aus den Symptomen, aus dem, was uns widerfährt, auf die Intention einer Person schließen, sondern dass wir von vornherein mit ihrer guten Intention rechnen und die Situation im Licht dieser guten Intention erblicken. Mit anderen Worten, derjenige, der Gott sein Vertrauen schenkt, verzichtet von selbst darauf zu entscheiden, ob Gott sich seiner annimmt oder ob er ihn verlässt. Vielmehr weiß er, dass alles von Gottes Seite nur Liebe sein kann und dass jede dunkle und schwierige Situation im eigenen Leben auf diesem unerschütterlichen Hintergrund betrachtet werden muss. Stellen wir uns aber auch eine weitere Frage. Was genau hat den heiligen Petrus dazu bewogen, diesem Fremden in seinem Boot sein ganzes Vertrauen zu schenken und erneut die Netze auszuwerfen, obwohl scheinbar alles dagegen sprach? Da ist zum einen die Nähe des Herrn zu nennen und dann ist es das Hören seiner Worte bzw. seiner Predigt vom Reich Gottes. Beides muss den Apostel innerlich so berührt und gestärkt haben, dass er bereit war, mit unerschütterlichem Vertrauen dem Rat dieses Fremden zu folgen. Also, liebe Zuhörer, diese Antwort soll uns helfen, das Gottvertrauen besser üben zu können und niemals daran zu zweifeln, dass Gott für uns Menschen wirklich immer nur das Beste will. Lassen wir uns von unserem Heiland ergreifen und bestärken, indem wir oft seine Gegenwart suchen und auch immer wieder seine Worte hören. Die Gegenwart des Herrn finden wir ja im Gebet während des Tages, bei einem Besuch des Allerheiligsten im Tabernakel einer Kirche oder dann im Empfang der heiligen Kommunion. Und seine Worte vom himmlischen Vater finden wir beim Lesen der Heiligen Schrift. Liebe Zuhörer, gerade dieser öftere Umgang mit unserem Heiland, diese lebendige Gottesbeziehung kann uns wirklich helfen, Gott unser unerschütterliches Vertrauen zu schenken, wenn es einmal darauf ankommen sollte. Wenn eben alles dunkel zu sein scheint und wir uns im wahrsten Sinne des Wortes einmal in die Hand Gottes fallen lassen müssen. Wer bisher nämlich mit dem Herrn den Alltag verbringen wollte und sich immer wieder in dessen liebende Gegenwart begeben hat, der wird auch gerne bereit sein, ihm zu vertrauen und das Wagnis einzugehen, sich seinem Willen in der ungewissen Situation ganz zu überlassen. Ein tiefsinniger Spruch fasst das sehr schön in die Worte zusammen. Vertrauen ist, jemandem die Macht zu geben, dich zu verletzen, aber daran zu glauben, dass er es nicht tut.